hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video geht es um den nächsten deal der cyber monday woche 2020 genauer gesagt geht es heute um eine smarte körperfettwaage die tatsächlich extrem reduziert ist und zwar bekommt ihr sie anstelle von 25 heute für 13 euro heißt ihr könnt 46 prozent sparen wenn ihr den deal wahrnehmen wollt habe ich euch einmal den link zum deal in die infobox gestellt dort gibt es selbstverständlich auch noch mal alle technischen details für euch zusammengefasst und natürlich wenn ihr fragen habt zur smarten waage gerne einfach alles in die kommentare schreiben oder direkt bei telegram in die gruppe reinschreiben und wir versuchen das so schnell wie möglich für euch zu beantworten dass ihr noch rechtzeitig diesen deal wahrnehmen könnt wie immer ist der deal natürlich komplett zeitlich begrenzt deswegen nutzt das aus solange ihr die waage für diesen preis bekommt denn von sino care war bisher noch keine waage im deal wir haben ja black friday und natürlich auch den cyber monday schon hinter uns gebracht und haben auch die ganze zeit nach smarten wagen für euch ausschau gehalten hier muss man allerdings ganz klar sagen sino care ist mittlerweile eigentlich einer der etwas teureren hersteller die hatten sich bisher aus den deals komplett raus gehalten weshalb natürlich diese waage für 13 euro ein richtiges schnäppchen darstellt zunächst einmal zum design das ist das adaptive design im prinzip was wir von verschiedenen anderen herstellern kennen print on ist mittlerweile ein großer begriff machen eigentlich die meisten weshalb wir euch natürlich auch hier ein äquivalentes produkt zeigen was dahinter steckt ist eine sehr sehr gute plattform die multiplattform schlechthin mit der mittlerweile eure körperdaten perfekt messen könnt sehr großer vorteil hier auch bei dieser waage ist einfach dass hier über zwölf verschiedene körperfunktionen später auswerten könnt unfassbar gut und vor allen dingen könnt ihr die waage auch mit multi benutzern nutzen das heißt es sind unendlich viele nutzer die ihr bis bei der app hinzufügen könnt also ihr könnt die app beispielsweise auch ohne probleme und die waage mit einer ganzen familie nutzen dann muss nur jeder sich einmal ein körperprofil anlegen und schon kann man dementsprechend auch pro person sozusagen eine individuelle bewertung durchführen lassen was hier wirklich extrem gut ist muss man ganz ehrlich sagen dass die verarbeitung schöne glas oberfläche mit diesem weißen milchglas sowieso totschick und dann haben wir natürlich den riesengroßen vorteil dass man natürlich diese waage auch schon direkt gut am display ablesen kann hier ist das display wirklich extrem rausgestochen und man hat den großen vorteil ebenfalls lässt sich das natürlich perfekt mit der ok ok app dann am ende einrichten einfach nur drauf stellen dementsprechend einmal die konnektivität herstellen und das ist wirklich eine sache von wenigen minuten schon könnt ihr diese waage vollwertig nutzen natürlich muss man immer vorsichtig sein mit gewissen körperparametern weil die nie an eine 100 prozent medizinische messung natürlich rankommen das heißt wenn ihr euch beim arzt durchchecken lässt lasst ist das natürlich deutlich zuverlässiger aber ich finde sie bieten immer einen sehr sehr realistischen eindruck und ich persönlich liebe die smarten körperwagen einfach für die daueranalyse und vor allen dingen dafür dass ihr im endeffekt auch über verschiedene parameter mit den diagrammen in der app über einen längeren zeitraum nachvollziehen könnt wie sich alles entwickelt von daher nutzt das definitiv aus die waage heute wie gesagt anstelle von 25 für 13 euro im angebot link zum deal ist einmal für euch in der infobox drin dort auch nochmal alle technischen details und wenn ihr fragen habt gerne einfach alles in die kommentare schreiben oder direkt bei telegram reinschreiben und wir versuchen so schnell wie möglich auf eure fragen natürlich zu antworten bis dahin würde ich mich unfassbar freuen wenn ihr mir hier auf youtube ein abo da lasst gerne auch die glocke aktivieren dann seid ihr mal auf dem aktuellsten stand bis dahin wünsche ich euch alles alles gute passt gut auf euch auf bleibt gesund und bleibt natürlich smart macht's gut leute bis zum nächsten video ciao